Hallo und willkommen zurück zu, ja, guck mal wo wir sind, ich muss einen sehr großen Teil des Spiels nochmal spielen, also bis gleich. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Horror Story, hier ist Corrupted Intelligence, okay, gut, wir spielen weiter, wir bringen das Spiel zu Ende, wir wollen noch ein paar Scares abhaben und dann können wir endlich mal raus dieser komischen Psycho-Welt, was muss ich hier machen? Könnt ihr welche Sachen anklicken? Ich kann irgendwelche Symbole hier anklicken, aber was bringt mir das? Muss ich irgendwie in der richtigen Reihenfolge anklicken oder so, ich raff's gerade auch nicht. Die Blutdinger hier irgendwas damit? Ne, scheint nicht so, kann ich irgendwas anderes machen hier drin oder? Ja, na schon. Ähm, ja, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache, ich hab keine Ahnung. Ah, okay, cool, ich muss einfach das Blut hier durchführen, ja okay, das macht Sinn, dann hab ich hier ein bisschen Spaß und fühle ich hier ganz langsam und entspannt durch und ich hoffe, ich fähle ihn nicht, weil das wäre sehr nervig. Okay, wo muss ich damit jetzt lang? Nerven, what? Oh Gott, okay, ich, ich cut das, bis ich's fertig hab, bis gleich. Come on, jetzt, oh, okay, ich krieg's irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob ich den falschen Weg gehe oder ob ich einfach zu weit von der Linie entfernt weggehe, weil ich hab auch keine Lust, jetzt so ewig lang hierfür zu brauchen. W-what the fuck? Ach, okay. Ja, come on, come on, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Oh Gott, was ein scheiß Puzzle. Puh, okay. Ich hätte gerne mal wieder ein Javascare, würde mich vielleicht ein bisschen aufwecken, wer liebt von dir das Spiel, come on, come on, danke schön, das war gruselig. Mach weiter so. Oh, ich glaube, wir sind kurz am Ende des Spiels. Ich freue mich gerade irgendwie schon so ein bisschen. Gut, was müssen wir jetzt? Oh, what the fuck ist das denn? Die Menschen leiden hier alle sehr, macht aber Spaß. Soll ich noch was machen? Ich hab alle einmal angeklickt, muss ich euch jetzt zu. Die stöhnen einfach weiter rum. Okay, dann geh ich weiter. Hä? Ja, ich... Ich hab keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich muss dir irgendeine richtigen Reihenfolge anklicken. Okay. Das war... Hallo, war das richtig? Jumpscare. Oh, fuck! Hi, okay. Nettes Geräusch. Ich hab's richtig gelöst, ich freu mich gerade schon. What? Unweedcaptus. Was soll ich hier machen? Satan. Doch nicht. Okay. Ähm. Belial. Oh Gott, das war sogar ziemlich simpel. Ich wusste nicht mehr, warum ich das wusste. Das war nur, weil ich Diablo gespielt habe. Haha. Warum nicht Satan? Ist auch gut gewesen. Unweedcaptus. Irgendwas in die Nacht gefangen. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau. Latein ist lange her. Ist lange her. Lass mich, okay? Ist das Jesus? Jesus, sorry. Ich muss mich fallen lassen. Sorry, Bro. Bist tot, Jesus. Kann ich nicht gerne machen. Bist du runtergepft? Was ist denn das jetzt hier? Links, rechts? Oh Gott. Oh. Oh, Streichhölzer ziehen. Ähm. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Links oder rechts? Links, rechts, links, rechts. Nehmen wir mal. Rechts. 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 Da brennt ein Typ. Brennen wir? Brennen wir? Oder wer brennt? Wir haben rechts gewählt. War rechts falsch? Da brennt ein Typ. Der brennt. Ja. Aber ich kann hier nichts machen. Der Typ brennt einfach. Das war's. Wir brennen für immer. Komm, mein letzter Jumpscare. Da hin zum Typen. Ich weiß nicht, ob wir das sein sollen. Die jetzt so Tode glittern und brennen und leicht frittiert werden. Möglicherweise auch nicht. Aber hier rechts und links kommen die ganzen irgendwelche Figuren von... Öh. Okay, seht ihr das hinten links? Sieht aus wie ein riesiger, komischer, blutiger Hundekopf. Und der ist sehr eklig. Der finde ich gerade ziemlich creepy. Aber sonst gibt's hier irgendwie nichts. Soll ich irgendwas machen? Ah, hier rechts der komische Kultist. Okay, jetzt wahrscheinlich alle Viecher, die wir im Laufe des Spiels nochmal gesehen haben, kommen jetzt nochmal hier hin, ja? What? Das war's, ja? Eternal Damnation. Oh. Okay. Wir sind für immer tot. Und das war's. Das war das Ende des Spiels. Okay, wir haben das Spiel nicht gespielt. Yay. Okay, ähm, ja. Ich hab mir das Spiel, ehrlich gesagt, wesentlich grusiger vorgestellt. Aber immerhin haben wir es hier zu Ende gespielt. Wir können zufrieden sein. Wir haben ein weiteres Kapitel in der Corrupted-Buch-Ding fertig. Hä? Ja. Und, ja. I don't know. Wenn ihr neue Spiele habt, was ihr mir vorschlagen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann spielt ihr als nächstes. Sonst werde ich wahrscheinlich als nächstes wieder ein paar gruselige, richtige Indie-Horror-Dinger machen und nicht sowas länglos und so. Wenn ihr einen Bock drauf habt, schreibt mal unten rein, was ich joggen soll und dann nehme ich auch im nächsten Video auf eure Klappe. Bis dahin. Bye-bye. So, gehst du nach den anderen suchen, die alle abschlachten. Ist das, was du willst spiel? Ist es das, was du tust, was ich tue? Was? Das macht keinen Sinn. Was hab ich dir gerade gesagt? Egal. Kann ich euch jetzt auch mal kaputt machen? Also, ich muss anscheinend einfach Leute abschlachten. Das war's. Oh, das war auch laut. Okay. Ist das Slender? Ne, ist das. Was ist das? Ach, das ist nur ein Fenster hinter diesen Ding. Na du? Oh!